Na komm her. Komm, küss mich. Was ist denn los? Wieso küsst du mich nicht? Dein Mann ist hier. Mein Mann? Mein Mann ist sehr beschäftigt. Er tanzt unten. Frohes neues Jahr. Tausch sie um, wenn sie dir nicht gefällt. Erzähl, was ist los? Im Grunde nichts Neues. Der gleiche, der bei mir im Bett über Rückenschmerzen klagt, wird hier zum Tango-König. Ich, ich sollte ihm eine runterhauen und ihn vor allem blamieren. Wäre es nicht besser, wenn du dich von ihm scheiden lässt? Das verkräftet Folio nicht. Wirklich sie, oder... Darf ich dich um etwas bitten, mein Liebster? Ich will dich nur für mich. Ich sorge für dich. Wirklich. Wirklich.